okay dann bleiben zwei heiler bis zum schluss und dann hoffe ich dass es passt ich bin auf die linke seite schön noch range weglassen den weg dann frei und alle hin 3 2 1 2 2 1 3 2 1 4 und ich freue mich auf die hitze alle auf der rechten seite wie fies ist das denn? die Pads sind trotzdem überlaufen machen die Schaden? ich hoffe ich müsste es machen ich würde darauf tippen aber Mike Suen despaunt pünktlich wenn der drüben ist also okay wir sind bei 70% dann Ryder und Majek langsam betreiben also 2k DPS machen die glaube ich schon könnt kommen der nächste Wind dauert noch ein bisschen 3 2 1 rüber mit euch ich kann ja auch meine Fläche immer rüberlegen richtig viel DPS und so ein bisschen Damage schießen ja ja also 100 DPS macht ihr bestimmt vielleicht sogar 200 90% macht euch betreut 95% jetzt nach der BID direkt rüber mit euch wahrscheinlich oder? ihr müsst sonst werdet ihr geklemmt der Sprung Achtung 3 2 1 ab fokussen noch ab fokussen dodgen und pets das wird jetzt nichts zu sein man hat dort schon den Flamen dann kommt auch schon der Wind 3 2 1 at Ich habe jetzt noch 54 Sekunden Cooldown bei euch angezeigt. Ich habe 45 jetzt. Jetzt 45. Beam? Haben wir keinen Beam? Habt ihr irgendwie keinen Bock drauf? Ich habe mich die ganze Zeit noch nicht. Ich glaube wir haben den Boss verpackt. Ich glaube es auch. Wie ärgerlich. Schade. Oh nein. Dodgen? Jetzt wird es nicht sterben. 20. In 15 habe ich ready. Basti gib uns doch nochmal einen Link. Der nächste Wind kommt in 20, der ist gleich zu spät, oder? Wir können vor dem Link über. Das ist nach dem Feuer, oder? Nach dem Feuer, okay. Das dort schmerzt nochmal. Okay, ausstellen. Und kommt. Jetzt alle, gell? Denkt dran. 3, 2, 1, 2. 3, 2, 3. Exist. Und 4. Und go. Reds was ihr könnt. HT an und gib ihm. 7, 2, 1. Und die Ads. Dodgen. Die Ads noch finishen. Und unten auf die Masse. Keiner Ahnung, ich bin shit. Wir haben nicht. Jetzt geht es nicht. Okay. So nochmal Dodgen. Und schnell weg, raw, wenn wir haben, aber haben wir ganz okay, ICT, sprint, irgendwas, weg von dem Ding. In die Mitte wieder ein bisschen mehr gleich. 3 Sekunden. Kommt, brauchen wir einen zweiten Tank, klar oder? Ne. Ist schon gecastet. Ja. Krieg ich von deinem Boss? Ich könnte grad sonst eh nur Comina aufhelfen. Be well. 10%, 15% und so. Können wir schon mal ein Gateway rüber haben, einfach einmal quer durch den Raum. Für was? Ja, falls nochmal die Minister-Scheiße kommt. Ja, können wir mal. Nicht vorn, Boss. Sehr gut. Achtung, Vormos. 3, 2, 1, Beware. 3, 2, 1, Schreie. War der hinten? So ein Ausgang? Der Eingang? Easy. Ja, nun. Na ja, gut, easy. Die zweite Kamera war ein bisschen strange. Oh, ich hab's doch kaum gesehen, Leute. Eine Frage, hat das noch Schaden gemacht gerade? Ja. Ja. Es hat gewonnen. Ein Schaden, ein Schaden. Muss mal ein. Oh, ein Schaden. Oh, ein Schaden. Oh, ein Schaden. Oh, ein Schaden. Ich könnte ja nicht trainieren. Oh nein, 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 nein. Ist nicht schlimm. Ich kann's nicht trainieren. Ich hätt's gern aufgekillen. Das hat nicht so tolle Werte. Man. Ich bin auch dem Schaden, aber halt dem Level. Hat mir sehr gut gefallen. Ah, verdammt. Jetzt hat Adria. Das war's für heute.